Hallo meine lieben Zuschauer, heute mit einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar möchte ich euch Bescheid geben, dass ab dem Dienstag wenn alles planmäßig läuft, dann zusätzlich zum Football Manager noch das neue Pro Evolution Circa 2020, also genau so heißt es ja jetzt eFootball PS220, auf den Kanal laufen wird. Dann planmäßig erst einmal jeden Tag und dann vielleicht in Zukunft, wenn dann vielleicht noch in zwei Wochen, in zweieinhalb Wochen dann noch FIFA 20 auskommt, was ich auch noch gerne bei hier auf dem Kanal hochladen würde, dann vielleicht im Abwechslung jeden Tag eine Folge von dem jeweiligen Spiel, aber das ist ja noch Zukunftsmusik und ja ich wollte es nochmal kurz Bescheid geben, dass dann neue Projekte mal auf den Kanal kommen, weil nur der Football Manager ist auch ein bisschen, eintönig und müsst ihr auch meinen Zuschauern noch ein bisschen mehr Variabilität geben können. Also ich würde mir sehr freuen, wenn ihr einschalten wollt, wenn ihr Tipps oder Ideen habt, was genau ich bei ProEvo oder dann in Zukunft bei FIFA zocken soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ich lese mich sehr gerne durch und ja, das war es auch schon, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut, wir sehen uns dann vielleicht in einem der neuen Videos, macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal.